Die Hochzeit findet in der Kirche statt, tatsächlich haben wir die Innenaufnahme in der Vorbereitung. Die Stadt Frau Küche ist sehr hoch, ist sehr spannend und stand. Schaut mit Stephan Sturm und dem Inneren ähnlich. Außenatmer, aber gut sein Torfinnummer. Wir gehen jetzt noch mal zusammen auf eine kleine Zeitreise. Ja, wo geht die hin? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.